Hallo und herzlich willkommen zu Rick. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem wann ihr das guckt. Willkommen zurück bei I am alive. Ja, das letzte Mal, als wir ja waren, wurden wir ein bisschen unsammt von der Tuse da drüben getötet, beziehungsweise den Leuten getötet, nachdem ich es neu versucht habe. Äh, nach ein paar vergeblichen Offskill-Versuchen habe ich einfach gesagt, ja, scheiß drauf. Ich weiß, es ist hart, aber ey. Warte mal. Ach, eh was. Naja, ich meine, ich würde ja wirklich gern helfen und so. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Zeug hier noch eingesammelt, ein paar andere Leute gefunden, die Hilfe benötigen. Aber, naja, irgendwie wird das nichts. Deswegen entscheiden wir uns für das Nächstbeste und klettern ein bisschen hin und her, weil wir einfach haben ja die Ausdauer. Und habe mir halt einfach gedacht, so scheiß drauf. Ich bringe niemanden, was... Uh, Schmerzmittel. Obwohl, ich sollte mal wieder ein bisschen Bein werfen. Ich meine, ich habe eigentlich genug. Naja. Ich habe auch noch jemanden getötet, den ich eigentlich hätte gar nicht getötet brauchen, aber ich bin dann überhaften, was ich gegangen bin. Wenn ich sage, hat mich bedroht. Oh, ne. Ach, klettern, 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 klettern. Ich habe auch jede Menge Kletterhacken gefunden, wie man auch rechts rum sieht. Mit einer netten Anzahl an Kletterhacken. Kletter mal hoch, kletter. Klettern. Okay, ich weiß nicht genau, wenn ich mich dann noch ein bisschen umschauen. Ich meine, schlecht, wenn nicht. So langsam war ich auf den Dreh draus. So eine Weile trotzdem mehr, dass ich das Spiel gespielt habe. Ja, die blöde Tusa hat mich ein bisschen demotiviert. Ich meine, scheine ganz seiner Hilfe und dann brauche ich echt nur einen Schuss, um sie zu retten, wisst ihr? Ich würde ja nichts sagen, wenn ich sie hätte befreien können, nachdem ich sie gerettet hätte. Nachdem ich den Typen erledigt habe. Aber dann brauche ich ja noch einen Schuss und, naja, den habe ich einfach nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das überhaupt geschafft habe. Ich habe drei Typen erledigt. Mit einem Schuss. Was machst du da? Ich habe gerade ernsthaft E gedrückt, oder? Ah, fuck. Okay. Ich meinte, wir haben natürlich ein paar Klettern gefunden, nicht viele. Ah, fuck. Das ist jetzt deprimierend. Gut, dann wenden wir uns halt neuen Themen zu und gehen zurück zum Mai. Ich meine, vielleicht finden wir ja noch ein paar andere Dinge in dieser schönen Stadt. Beziehungsweise kehren auch wieder zurück. Ich weiß nicht immer, ob das der richtige Weg ist, aber hey, was schadet. Nein, warte, ausgehen. Wollt ihr ein bisschen schneller gehen? Noch schneller. Ich sollte versuchen, dass ich da mit meinem Grapplinghook zurückgeflogen bin. Ah, das solltest du. Huiiii! Huiiii! Halt dich fest! Yeah, ich bin gut. Ah, das ist halt irgendwie. Das Spiel besteht höchstens aus Glittern und Töten. Und da Leute treffen, denen man nicht helfen kann, aber dann trotzdem irgendwie nötigen Gegenstand findet. So, ich sollte da vielleicht jetzt nicht runterrutschen. Das wird wahrscheinlich nicht... Ach gut, dann kletter mal so auf. Deswegen sind wir erstmal sicher vor diesem Staub. Ich hoffe, der verschwindet mal, weil dann könnte ich es... Okay. Okay, ganz ruhig. Ja, hinten liegt was. Irgendwie möchte ich das ja haben. Ich kann nicht über einen Haufen ballern, wenn ich will. Ah, scheiße. Ich hatte gar nicht vor, dich zu töten. Ich bin kein Mörder, er hat angefangen. Ich wollte ein neues Schmerzmittel haben. Ich brauch die. Ich wurde nämlich grad von dem Verrückten angestochen. Naja. Ob es das jetzt wert war, weiß ich nicht. Aber naja, was soll man sagen? Shit happens. Äh, das ist besser. Oh nein. Nein. Was haben wir hier? Okay. Na super, zwei Leute mit Pistone. Ja. Brenne. Brenne. Ja, der ist tot auf dem Posten-Mazieren. Und dich mach ich auf diese Weise fertig. Stirb! Ah, geht doch. Jetzt hat ich eine zusätzliche Patrone. Kann ich wieder zurückgehen, oder was? Nee, 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 nee. Okay. Ähm... Ach, da lang ging's, genau. Yeah, wenn Sie Opfer mit Ressourcen helfen, halten Sie dafür zusätzliche Wiederholungen. Ja, ich weiß nicht. Du bist zurück. Ja, und guck mal was. Ich habe eine Medizin für Sie. May ist jetzt resten. Ich habe versucht, ihr die Medizin, die sie braucht. Sie erinnert mich so viel an unsere Mary. Ich bin sicher, sie wären gute Freunde. Nur... Hm. Ich habe gerade irgendwie was zerbrechen können. Okay. Ja, richten wir weiter die Kamera auf Sie. Ja, ja, das wollen wir doch alle. Den ewigen Schlaf. Der ewige Schlaf des Vergessens. Henry. Henry. Mays Fever has gone down some. I think she's okay to move. We need to get out of here. Okay. Bring May to my apartment. But use the subway. If you take her out in the street, she'll just start coughing again. Now go. Oh my god, that's so cool. U-Bahn! Ja! U-Bahn fahren! U-Bahn fahren! Oh my god, that's so cool. Subway tunnels have been used since the event to avoid the dust cloud. From the mall station follow Line 4 and take the exit for Crockett Street. You can't miss it. It's in much better shape than almost anything else in Haventon. Let's find a way down to that subway station below. We need to get started. Hm. Yeah, just to go down somehow. You have a daughter with the same age as me? Yes, I do. Where is she? I don't know, May. I came back to Haventon to find her. Well, since you are helping me find my mommy, I'll help you find your daughter. Oh, that's so sweet. Yeah. Natürlich. Ich hoffe, ich muss jetzt niemanden erschießen. So, um das andere Mädchen zu traumatisieren für den Rest ihres Lebens. Obwohl, da habe ich eigentlich schon vorher in eigenen Augen ein paar Leute getötet. Ach, so schnell geht das Leben kaputt. Also gut. Ähm, abgesehen davon, dass man in die Nase juckt. Habe ich jetzt gerade irgendwie keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Nee. Nee. Wofür bin ich hier rübergekommen? Hier ist nichts. Bisschen Kaffee. Ah, Kaffee ist ja nicht schlecht. Kaffee. Food is gleich home. Ja. Ich habe ein bisschen was... Ah, ja. Spack nur rum. Was nun? Ich heiße dich weiter. Okay, es ist etwas irritierend. Ähm, ich weiß nicht weiter. Ja. Ich bin Überlebender. Mächtig. Ah, haha. Warte mal. Erst mal. Ich baue jeden Millimeter auf dieser Scheißleiste. So hatte ich das gar nicht geplant. Ich meine... Ach, genau so sollte es sein. Kletter. Hoch. Oh, nun kann ich noch mehr Leute töten mit meiner... Zwei-Schuss-Waffe. Rambo ist nichts gegen mich. Oh, da drückt mich was. Kletterhaken! Yay! Okay. Ich spring ruhig noch ein bisschen umher. Ja, das tun wir. Gut. Willst du bleiben mit uns? Ich weiß nicht. Okay. Henry. Henry, der Eroberer. Na gut, hier sind wir nicht wirklich viel. Ist das nicht da noch ein Wiedereingang gewesen? Keine Ahnung. Oder hängt noch was? Ja, ist das überneint auch was. Na, wir teilen nicht. Man merkt. So eine... So eine Endzeit-Geschichte, die zeigt nur das Beste in den Menschen, ne? Ey, Taschenlampe. Nichts. Oh, wie langweilig. Du gehst da hin und sagst, ey, ich kann die einen Schluck Wasser haben. Bang! Kriegt man wahrscheinlich eine Machete in die Fresse. Yeah. Wieder was geschafft. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Okay. Also auf zu Henrys Wohnung, ja, wenn es weiter nichts ist. Okay, dann geht es hier weiter. Warum habe ich das Gefühl, dass das nicht so schön einfach sein wird, weil wenn das Ding so... Ich nehme nur die Kinder in einem selben Ort. Wir haben auch hungrige Kinder. May, schau mal fest. Okay, wir haben... Ich will den Typen mit der Knarre zuerst killen. Ah ja, jetzt seid ihr blöd, ha? WTF, ja? Ja, ich muss... Hey, 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 don't shoot, guys. Hey, back on. He's got a gun. Let us go. Stepping back. Stepping back. Don't shoot. Okay. Okay. Back off. Guys, he's pointing his gun at me. You know what? I think you're too scared to shoot that gun. Hey, then. Fuck. Ja. Ja. Okay, ja. Ich habe gleich den richtigen abgeknallt. Oh yeah, Baby. Aber ich müsste leider trotzdem meine Dingens benutzen. Einen Schuss, den ich gekriegt habe. Naja, ich hatte eigentlich gehofft, einen ins Feuer zu stoßen zu können, aber die wollten ja nicht. Jetzt muss ich wieder schnell Schmerzmittel schlucken, weil da alles weh tut. Und das arme Mädchen hat auch noch Angst. Böse Männer. Warum sind die gemeint zu mir, hä? Ich wollte in Sicherheit. Weißt du, ich habe nichts wirkliches gehabt. Naja, gut. Ich habe eigentlich schon einiges. Schmerzmittel. Zum Beispiel Schmerzmittel. So. Das muss jetzt aber reichen. Ich habe Schmerzmittel und so ein... ... und... ... und... ... und... ... Rolltreppe. Die nicht funktioniert. Beim nächsten Mal stelle ich mich einfach drauf. Warte. Bis sie funktioniert. Was ist los, Mädels? Da klinge ich aber nach Hilfe. Ja, genau. Schlagzeichen. Oh Gott. Ich bin viel zu nett. Wir müssen die Stadt finden. Wenn du mich nie so weit hattest, dann bin ich so weit. Ja, gut. Nachdem wir dem jetzt auch geholfen haben. Indem wir einfach so, so uns da Sachen eingemischt haben. Oh, warte mal. Ich will das doch... Ja, lass mich mal ganz kurz hier weggehen. Mein Gott. Vielleicht liegt da hinten noch irgendwas. Ah, siehste. Da hinten liegt was auf der anderen Seite. Das ist mir nie wirklich hilft. Aber das wüsste ich nicht, ohne... ... es nachgeschaut zu haben. Okay. Was lag denn da überhaupt? Essen? Also ich hab dir den Arsch gerettet und das Einzige erwischt. Das hat ja niemanden... Das hat ja mich keine Vorrede gekostet. Oh. Mein Gott, jetzt, Bursch. Jetzt öffne das Ding. Geh doch. Also... Pussy. Okay. Ich weiß nicht, ob die Leute reagieren. Also ich glaube, die Leute werden cool reagieren, solange ich nicht irgendwie... Na, ich weiß nicht. Ich habe schon Angst, um vor rumzulaufen. Mehr oder weniger. Wow, das ist nett. Danke sehr. Ich bin ein guter Kletterer. Wohin muss ich denn? Ah, das ist die Linie 4. Also wenn es danke sehr nochmal, also... Leute, die im Ernst haben was geben, einfach so... Das werde ich bis heute noch nicht glauben. Ah, da drüben ist genau das, was ich gesehen habe. Oh mein Gott. Eine Patrone. Ich habe vier Schuss. Wow. Damit kann ich eine halbe Mäh aufhalten. Ich könnte jetzt einfach vier Typen einfach so wahllos erschießen. Hi Kollege, was geht? Ah, ich habe ein ganz beschissenes Gefühl von dem Fleisch. Oh mein, ich habe das Gefühl, das ist das Fleisch nicht. Hm. Ich kann das grillende Fleisch von hier riechen. Wenn dein Kind starbend ist, dann glaube ich, dass du deine Augen öffnest und einfach das Essen spielst. Oh Gott, ich habe mich... Warum ist jetzt alle mean? Nicht alle mean. Bist du mean? Nein, ich versuche, ich bin nicht. Ja, genau. Die sind nicht böse. Die denken, wir hätten uns überleben. Aber was war jetzt? Auf welche Seite, in welche Richtung muss ich jetzt gehen? Hendricks Wohnung ist wo? Achso. Jetzt weiß ich es erst. Da drüben war nichts. Wow. Glaube ich. Mein Gott, ich renne jetzt schon zum vierten Mal hin und her. Was ist da drüben? Was denkst du, du es machst? Stopp nicht rennen. Das ist es. Just keep on walking. Okay. Hallo? Wer ist das? Heute könnte es sein, wenn du einfach schreit und wegst. Alter, habt ihr da hinten Menschen gefangen? Schweine. Okay. Okay. Sorry, kumpel. Kann ich dich nicht töten? Oh, endlich. Okay, nein. Nein, du Schwede. Oh Gott, ich muss noch einen Schuss verbrauchen. Alter, Schwede. Das ist hart und hell zu sein. Halt, 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 wir müssen gehen, wir müssen gehen. Wir werden uns essen. Ja. Das könnte jemanden glücklich machen. Ich hoffe, ich komme noch mal in den Bereich, um den Typen die Zigaretten zu geben, die ich besitze. Hm, Fleisch, naja. Ja, okay. Ja, ich hoffe, ich muss mich jetzt mit den Typen da hinten nicht annehmen. Ja, ich komme. Okay, mit der Rettung von diesen Leuten, was mit dem auch los ist, weiß ich auch nicht wirklich. Verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Bye, I'm alive.